Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nachmittag Allah azza wa jall, dass wir heute in dieser Moschee zusammen sind und dass es eine große Gabe von Allah azza wa jall nicht jeder hat dass wir über Allah azza wa jall reden, über Rasul salallahu alaihi wa sallam reden über die Sahaba auch reden und هذه Nirmatun, eine große Nirmatun reicht uns nur, wenn uns Allah azza wa jall nach dieser Sitzung sagt Qumu magfuran lakum, geht ihr nach Hause, ich habe alle Sünden von euch vergeben das reicht uns, sag ihr Wallahi und auch man merkt immer bei diesen Sitzungen, dass diese Ruhe haben dass wir diese Ruhe haben denn Rasul salallahu alaihi wa sallam sagte Also, wenn die Brüder und Schwestern in eine Moschee sitzen und Allah azza wa jall bedenken dass die Engel mit uns sind und die geben uns diese Bahamigkeit von Allah azza wa jall sogar auch kann sein, dass jemand hier gekommen ist mit anderen Gedanken, mit anderer Absicht und trotzdem Allah azza wa jall wird ihm auch vergeben Es gibt so viele Schwestern, viele Brüder, die sind draußen keiner weiß, wo die sind Wir reden inshallah heute über eine Sahabia eine Schwester von uns und diese Schwester oder diese Sahabia kann man so viele Sachen von ihr lernen Und die schlicht. dann 저 Der beste Menschen sind Sahabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Der beste Menschen sind Sahabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Allah azzawajal hat sie gelobt. Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hat sie auch gelobt. Warum? Weil sie in einer Schule gelernt haben. Und diese Schule war der Lager Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. So, W imag right Kad Kai su Grundilan hat ihre Kirschwinta. Das die beste Wirbel war der Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. DIEenment der Public saabibi hat sie sich jetzt in Allah. �� dessennight Jurorillahi sallallahu alaihi wa sallam hat sie Fernam, hat die Rasulall�를 geselmodern hast dir in Paradies gezien. Diese Schwester hat Rasulall가지 hat ihre Matthe 출 Folge zu Hause mit GOOD-T pants. gemacht. Stell mir vor, dass Rasul HaSlam, der kommt zu dir und der sagt, ich möchte das bei dir Mittagsschläfchen machen. Das ist ein Würde, eine Ehre. Rasul HaSlam, der kommt extra bei dieser Schwester und die macht Mittagsschläfchen. Er hat für uns so viele Hadithen gelassen. Warum? Weil seine Mutter war. Ummu Sulaym, heißt sie. Ummu Sulaym, radiyallahu anha. Schau mal, wie viele große Gelehrten, große Sahaba, die wurden von wem erzogen? Von den Muttern. Anas ibn Malik, seine Mutter hat ihn erzogen und da ist Anas ibn Malikin geworden. Al-Bukhari Qadhalik, seine Mutter hat ihn erzogen und die ist Al-Bukhari auch geworden. So viele große, große Gelehrten wurden von der Muttern also erzogen. Und wo sind jetzt unsere Schwestern, die diese Nachfolge auch nehmen? Ummu Sulaym, radiyallahu, Al-Bukhari Qadhalik, radiyallahu alayhi wa sallam, radiyallahu alayhi wa sallam. Das heißt, das Ansar in Medina, da haben nur auf Muhammad sallam gewartet. Und da haben noch nie gesehen. Und Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu, der hat, der war der erste Da'iyah in Islam. Der erste Mensch nach Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Da'wa gemacht hat, ist Mus'ab ibn Umair. Der ist nach Medina gekommen und hat Da'wa gemacht. Mit Al-Ansar und viele Leute, die haben auch Islam angenommen. Obwohl sie noch nie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gesehen haben. Weil es gibt immer noch manche Brüder oder manche Schwester, die sagen ja, wenn ich auch Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam auch gesehen hätte, ich werde ihnen auch richtig an ihn glauben und auch ihm folgen und so weiter und so fort. Aber es gab auch so viele Sahaba, die haben ihn noch nicht gesehen, aber trotzdem, die haben an ihn geglaubt. Und auch Gegenteil, es gab auch so viele Menschen, die war mit ihm. Sogar auch von seiner Familie. Und die haben nicht an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam geglaubt. Seine Onkel zum Beispiel Abu Lahab. Obwohl Onkel ist, aber trotzdem hat nicht an ihm geglaubt. Das halb, Sunnatur Rasul sallallahu alayhi wa sallam ist immer mit uns. Das heißt, dass er für uns alles gelassen hat. Sein Sunnat, sein Benehmen, sein Karam, sein alles. Der war ein, 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 ein Packet. Alles steht drin. Ächlaaquur Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Kiefe Dachika, wa kiefe Beka, wa kiefe Saad, wa kiefe Tazawwaj, wa kiefe Walad, und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Lianna Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hat ihm Allah, was Allah azza wa jala gelobt. Wa inna ka lah alan 하�di aadi bästa minsch ist rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Duh ja auch hatta Zellb auch kiesackt ich bin der beste minsch jäuma al-Qiyama. Ich bin der beste minsch jäuma al-Qiyama. Anasa yyidu, wole di áda me jäuma al-Qiyama. pitches läuma al-Qiyama. Wawana aowal man yin schaqq anhu qabruhu, die erste minsch taf und sein grab auf steht ist rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aber die Frage ist, ob er mit uns Jau mal Qiyam zufrieden wird oder nicht Ob er uns hilft oder nicht Er wird nach uns suchen Er wird nach seinen Umma rufen Ummati, Ummati Aber was haben wir für Mohammed Was haben wir auch für Islam Auch gemacht Wird der Rasulullah Jau mal Qiyamati Zufrieden sein oder nicht Er hat Sorgen um uns hier in der Welt Und er wird auch Sorgen um uns Auch in Jau mal Qiyam Der einzige Mensch, der wird nach seinen Umma rufen Ist der Rasulullah Ummati, Ummati Aber eine ist die Umma Der Rasulullah Diese Umma Diese Umma wird krank Aber sie sterbt nie aus Kommt Phasen, wo sie Umma krank wird Aber sie sterbt nicht aus Einzige Umma Oder einzige Menschen, die auf dieser Erde Allah Azawajal richtig anbeten Ist Umma Rasulullah Es gibt viele Menschen, die beten Sachen, die kannst du nicht glauben Anbeten Mäuse anbeten Steine anbeten Viele Sachen Und er wird Im Allah Azawajal Tag und Nacht Tag und Nacht habe ich mit meinem Volk Dauer gemacht Ein Prophet Der fast 1000 Jahre gelebt hat Und die Propheten sind die beste Menschen, die auch Dauer gemacht haben Aber trotzdem Es gibt manche Menschen, die haben hier Steine im Herz Die nehmen nicht Islam an Egal welche Beweise gibt Egal welche Sachen mit Beweise Zeigst Aber wenn sie nicht Islam annehmen Lassen sie über schuld Denn Allah Azawajal Er wird ihm sagen Wer wird ihm sagen Wo ist dein Beweise Und dann werden wir Und dann werden wir Wir sind als Zeuge für alle Volke Aber Rasulullah Sallallahu 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 Und dann wird uns Auch als Zeuge Entweder mit uns Oder Gegen uns Möge Allah Mit uns zu sein Und dann wird uns Um Musoleim Radiyallahu Anha Keine Zawjuha kafir Malik und Ibn Nazir Er war Also das heißt Vater von Anas Radiyallahu Er wollte nicht Islam annehmen Obwohl sie auch mit ihm Richtig Dauer gemacht hat Aber er wollte kein Islam annehmen Und schau mal Subhan Khaliq Anas Ibn Malik Der war klein Der war sogar ein Baby Unsere Mutter sagte ihm قُل قُل لا إله إلا الله محمد und رسول الله Subhanallah Das ist auch Von Anfang An muss man auch Unsere Kinder erzählen Warum Jeder von uns Sagt Der ist immer noch Klein Der weiß nicht Umm Musoleim Tulaqqin Ibn Hadi Sagt ihm Ja Anas Sag Ashahdu An La إله إلا الله Ein Baby Sag Ashahdu An La إله إلا الله Und der Fata Malik Ibn Nadr Sagt Du machst mein Zohn kaput Sagt Im nein Das ist auch Muslim Automatisch Und Musoleim Der weiß Das ist immer noch Wenn man in diesem Welt kommt Er ist 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 Jeder Mensch, der in diese Welt kommt, er kommt als Muslim. Wallahi. Jeder Mensch. Na'an mafitatallah azzawajal ist für jeden Mensch. Und dann die Eltern. Entweder wirst du Christ oder Jude. Und danach musst du nach der Wahrheit suchen. Nach der Wahrheit suchen. Ommu Sulaim radiyallahu anha, der Anas ibn Malik, der ist als ein weises Kind, ein weises Kind, also aufgewachsen. Und es hat ihm richtig erzogen. Bis jetzt selten, dass du hörst ein Hadith ohne Anas ibn Malik radiyallahu anha. Warum? Läannehu tarabbaa fi beite Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hat ihm erzogen. Als Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nach Medina kam, der war zehn Jahre alt. Anas ibn Malik, der war zehn Jahre alt. Und der ist mit ihm zehn Jahre geblieben. Als Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam starb, der war 20 Jahre alt. Kale Anas radiyallahu anhu, Lema dachal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam almadhinah alayhi wa sallam. Sogar so viele Sahaba, die wollten nicht in Medina bleiben. Einer von denen ist Bilal, radiyallahu alayhi wa sallam. Er wollte nicht bleiben. Lern auch keiner muaddhin nur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Der war muaddhin und der hat immer Adhan gemacht, wo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auch da war. Aber stell dir mal vor, Er ist Adhan nach Tod für Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kann man das nicht ertragen? Kann man ja cool, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ash-shadu an la ilaha illallah, ash-shadu an la ilaha illallah, aber ash-shadu anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aber er könnte nicht weiter sagen. Liannehu tarabba ma'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Und er war immer mit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Und immer wenn Iqamah kommt, der sagt, Ja, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aber jetzt, Jutta to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ist schon vorbei. Mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Er könnte nicht in Medina bleiben. Hat Hijra gemacht. Der ist nach Scham, Hijra gemacht, nach Tamaskus. Und er könnte nicht, sogar sagte auch zu Abu Bakrin, Radhiya Allaho anhu, Ja, Abu Bakrin, Wenn du mich, Fisa biilililahi azza wa jalla frei gemacht, Dann lass mich. Aber wenn du mich für dich frei gemacht hast, Ich bleib mit dir. Lakin, Abba Bakrin, Radhiya Allaho anhu, Sakti im, Idhabiha Bilal haitutasar. Geh. Und so viele Sahaba, Die könnten nicht nach Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Da hab nur geweint. Sogar auch einmal kam Bilal Und diese Hadith Rawahu ibn Kathir Diese Geschichte Ist von ibn Kathir, Rahimahou, Allah Bilal, Radhiya Allaho anhu, sagte, Ich habe einmal von Muhammad sallallahu alayhi wa sallam geträumt Ich bin wach geworden Und ich habe meine Sachen eingepackt Und nach Medina. Bin ich dort angekommen Farahaytul Hasan wal Hussein. Ich bin mit Al-Hasan wal Hussein Neben dem Graf von Muhammad sallallahu alayhi wa sallam getroffen. Und die haben mir gesagt, Ja Bilal, Mach für uns Adhan. Da haben die Stimme von Bilal vermisst. Mach für uns Adhan. Da haben die Stimme von Allah nicht mehr gehört. Warum? Weil die haben an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Und an seine Zeit auch gedacht. Fakarajan Nas Wal Atfal Kinder und Frauen und Männer Die sind auf die Straße gekommen Und jeder sagt, Subhanallah, Das war Zeit von Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Warum? Weil Bilal Adhan macht. Haada huishouqh Das ist die Sinnsucht nach Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Und ich habe immer auch eine Geschichte erzählt Über Ahmad ibn Hanban, Radhiya Allaho anhu, Allathe kana yaqul, kunntu Ahmad ibn Hanban, Radhiya Allaho alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muha alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam hat uns eine Antwort gegeben. Warum wir nicht von Muhammad sallallahu alayhi wa sallam träumen. Der sagt, wenn ich eine Nacht nicht von ihm träume, Ich weiß genau, dass ich an diesem Tag gesündet habe. Deshalb, warum wir nicht von Muhammad sallallahu alayhi wa sallam träumen. Weil wir auch so viel Sünden auch machen. Das heißt, auch wenn man sündet, muss man einfach nur Taube machen. Nann Allah azza wa jalla قال, Alles was du forschten kannst. Ingalbische Sünden Allah azza wa jalla tekebt. Sogar, diese Sünden was man macht, they werden gut kishquib. Und wie kann Allah azza wa jalla. Sei nicht traurig, auch wenn du sündest, mach Taube. Und wenn du noch mal sündest, mach Taube. Denn Allah Azzawajal Rahim, Ghafoor, Tawaab Tawaab Wallahu yuridu an yutuba aleikum Allah wollte das uns, dass er uns vergibt. Er wollte das, Subhanallah. Innahu Ghafar, Tawaab, Rahim, Rahman Das ist sein Namen. Sogar der Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, sagte Mami al-Abdil yudnibu dhanban illa nukita au nukitat nuktatun saudaun fi qalbi Musst du immer so denken. Solange du ein Sünder sündest, es wird ein schwarzer Punkt in deinem Herz. Wallahi. Du sündest, schwarzer Punkt. Machst du Taube, du sündest, es wird zauber. Sündest du, wieder schwarzer Punkt. Aber stell dir vor, wenn du nicht Taube machst. Schwarzer Punkt, schwarzer Punkt, schwarzer Punkt. Wie wird dein Herz sein? Taube. Taube, du tust du nicht mehr. Egal was du machst. Aber denk immer an Allah Azzawajal das Eh Tawaab Rahim Ghafoor Rahim Um Muslim Radiyallahu anha Als Rasulullah wie gesagt nach Medina kam jeder möchte was ihm geben. Manche haben gesagt Ja Rasulullah komm bei mir zu Hause ich mach mein Zuhause frei du kannst bei mir wohnen. Manche haben gesagt Ja Rasulullah was möchtest du von mir haben? Ich mach alles für dich. Anzah 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 Er wird dir machen was du von ihm verlangst. Der ist ein Diener von dir. Holam von dir. Der ist für dich da. Verbacken er mit Rasulullah Azzawajal geblieben 10 Jahre sogar er hat ihm wie sein Sohn verhalten wie sein Sohn und auch einer sagte Wallahi Ich habe noch nie von ihm gehört warum hast du das gemacht und warum hast du das nicht gemacht. Rasulullah ist lassen mit Kindern wenn er auch in der Schlacht war wer wartet auf ihm auf die Grenze in Medina die Kinder die Kinder die warten auf ihn Subhanallah und Rasul der nimmt diese Bruder und diese Kleine und die spinnt und so weiter und so fort sogar auch ein ein kleines ein kleines Menschen kann hierbei eine eine Familie und dann diese die es mit Schindler hat acht die haben bekommen damit sie einkauft die ist hingegangen um einzukaufen aber sie hat das kein Verlauf und die ist in Medina geblieben und sie weint und sie weint und sie weint bis Rasulullah zu ihr kam sagte ihr was ist los mit dir ich habe mein Geld verloren also die Familie wo ich arbeite da haben sie mir Geld gegeben aber habe ich das verloren was soll ich machen ich gebe dir auch wenn du mir das gibst jetzt ist es zu spät du musst mit mir kommen damit du für mich Versprache machst damit ich kein Schläge bekomme der ist ein Prophet hat eine große Oma der hat so viele Sorgen und trotzdem mit einem kleinen Menschen die ist mit ihr gegangen um um Sprache für sie zu machen von seinem Benehmen wenn er dreimal klopft und keiner sagte wer ist draußen der geht nach Hause nicht wie hier richtig richtig klopfen manche Brüder die möchten auch dass diese Tür weg machen der klopft einmal und der geht auf die rechte Seite und auf die linke Seite nicht gerade das ist die Tür immer hier stehen entweder hier stehen oder hier nicht wie wir du klopst und du bleibst manchmal du guckst auch ob jemand drin ist wir sagen dass wir haben es lassen folgen wir sagen dass der beste mensch ist wir sagen dass rasulah unser Vorbild ist aber wir machen nicht was muhammad was um uns gesagt wenn du klopfst auf die rechte Seite und auf die linke Seite wenn du dreimal klingelst und keiner macht auf nach Hause obwohl im Koran steht obwohl du hörst dass jemand drin ist du musst nicht sauer sein obwohl du hörst dass jemand drin ist und der will nicht aufmachen sagt assalamualaikum geh nach Hause bei uns solche sachen die achlaq die sie benehmen fehlt uns du hörst jemand dass er drin ist und du hast an ach warum willst nicht aufmachen ich habe ich habe sachen die privat sind ich will nicht aufmachen das ist meine sache und da sage ich ihm das was Allah gesagt hat dreimal klopfen wenn keiner sagt wer ist draußen dann gehen wir nach Hause so ist das als die die Suleym r. r. allah anha als in Medina sein beruf die bekommen hat jahet wie unis oder anis bin malik r. 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 Das ist mein Zohn. Der ist für dich da. Fattarabba مع Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Anas Ibn Malik قال, والله, ما لمستu, أو ما لمست يدي. Attyaba. وأغفaba من يدي Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Sagte, ich habe noch eine Hand, die richtig schwer ist. Anlieffen habe, wie Hand von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وما شابنتو ريحا أطار من ريحي رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. Sagte auch, ich habe noch nie einen Geruch richtig gerufen, wie das Geruch von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. هذا رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. Der hat für uns alles gemacht. Der hat für uns allahe alles gemacht. Der hat seine Zähne verloren in Uhud. Er hat Schläge bekommen. Seine Tüchter. Sie haben auch Talak bekommen wegen uns. Ja? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wurde auch von Mecca rausgeschmissen. Und trotzdem ist er stolz auf uns. فَكِيْفَيْكُنْ لِقَعْ Wie werden wir den Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam in die Umkirame treffen? Stolz oder wird uns sagen in seine Bäcke, wo sein Bäcke ist, geht ihr raus. سحقان, سحقان. Bu'den, Bu'den. Geht weg. Geht ihr weg von mir. Läanne wenn Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam uns das sagt, فَمَصِيرُنَا أَصْعَبْ وَصَعَبْ وَشَجِيدٌ Das heißt, wenn Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns das sagt, فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلِيْهِ رَاجِعُونَ حَرْضُهَا عَلَىٰ kam zu uns und ich war mit den Kindern und schau mal mit Achlaq auf und Achlaq Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Anas فَسَلَّمَ عَلَيْنَا sagte السَّلَامُ عَلَيْكُمْ an die Kinder السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَأَجَبْنَا السَّلَامُ قُلْنَا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يا رَسُولَ اللَّهِ und sagte mir Ja Anas ich will was erledigen kannst du für mich das machen? kannst du für mich das machen? sagte Anas Naam يا رَسُولَ اللَّهِ ich kann machen was du willst und der hat mich geschickt um seine Sache zu erledigen aber ich bin nach Hause zu spät gekommen ich bin nach Hause zu spät gekommen meine Mutter ein Muslim sagte mir Ja Anas wo warst du? wo warst du? Anas sagte ich habe etwas für Mohammed erledigt und die Mutter sagte ihm was hast du für ihn erledigt? das hat mich geschickt und ich habe für ihn gemacht und seine Mutter fragte ihn was hast du für ihn erledigt? Anas das ist ein Geheimnis zwischen mir und Mohammed er wollte nicht seine Mutter sagen was war diese Erleidigung was er für Mohammed erledigt hat da hat er mir gesagt komm hier ich gebe dir Bomben und sag mir was Mohammed gesagt hat oder sogar auch Schläge bekommen damit er sagt was Mohammed also für ihn erledigt hat und so weiter und so fort dann sagt Ja Anas Ahfad was tur serra zu lesen lasst das bei dir sag nicht weiter subhanallah danach nach ungefähr 80 Jahren Ja Atabit und hat ihm diese Geschichte erzählt das heißt Anas sagte ihm Ja Atabit das war so und so ich habe von Mohammed eine Sache erledigt und meine Mutter wollte mir wollte also auch das wissen aber ich habe ihr nicht gesagt Ma Atabit Atabit sagte und was war das Geheimnis Ja Anas Kali Atabit ich habe meine Mutter sogar auch nicht gesagt sag ich dir jetzt Famaata Anas und Ibn Malikin Wasirruhu Ma'ahu hat niemand gesagt und das ist auch ein Achlaq ein Benehmen die wir auch die auch bei uns ausgestorben ist kommt ein Bruder zu dir und dann sagt er sagt sie ein Geheimnis ein Sirr wenn er weggeht du sagst weiter ist das ein Halak hat er diese Sirr dies kann auch kein Benehmen das heißt wenn du etwas von einem Bruder hörst und sagt das ist ein Geheimnis das bei dir dann muss das bei dir bleiben darfst du nicht weiter erzählen Ommusulaym radiyallahu anha keine jazuru harrasu sallallahu al-sallam und die gelten haben gesagt dass Ommusulaym ist Tante von Muhammad sallallahu 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 von Stilen meine ich Tante von Muhammad sallallahu 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 und er will auch nur die Möglichkeit machen. Wenn ein Mann sagt er, dass er jemand gesagt hat, sei ihm, ich bin und ich. Nein, ich bin ein Künstler. Wenn du einen Künstler von S.A.w. fragen sie das, wie er sich immer mit zu machen ist? Es wird eine Chance sein. Wir haben eine Chance dafür getrunkt. Er hat ein Resul, S.A.W. »Waslмер, um den Erwertung, und den Geheimen und den Tod.« Subhanallah, Möge Allah sein Vermögen, das heißt sein Geld und seine Kinder vermehren. Kale Anas, Wallahi, als Rasulullah, die für mich gemacht hat, ich habe fast hundert Enkels und Kinder. Und der war einer von den letzten Sahabat, der gestorben ist. Und was noch? In Medina, der ist auch reich geworden. Hat auch so viele Grundstücke gekauft, ein Feld und der macht auch, also kann man, die pflanzt das, um zum Beispiel Mehl zu bekommen und so weiter und so fort. Einer sagte, Wallahi, manchmal, es regnet nur bei mir. Es regnet nur bei meinem Feld. Also außerhalb, keiner hat Regen bekommen, außer bei mir. Dua al-Rasuli, sallallahu alaihi wa sallam. Wa hikmatu al-Rasuli, sallallahu alaihi wa sallam. Wa barakatu al-Rasuli, sallallahu alaihi wa sallam. Maharuha, was war Ihre Brautgabe? Und jeder Bruder weiß genau, wie unsere Zeit jetzt mit Brautgabe ist. Was kostet eine Brautgabe bei uns? 20.000 Euro, 10.000 Euro und Hochzeit 4.000, 5.000 Euro. Und danach, diese Ehe dauert zwei, drei Monate. Wissen Sie, was Ihr Maher war? Islam angenommen. Dass der Mann von ihr Islam annimmt und das war's. Abu Talha, radiyallahu alaihi wa sallam. Ummu Suleim, kanat zakiyah, sie war recht intelligent. Und kanat faqiyah. Wa kanat qanita. Wa kanat musalliyatan liqiyam l-Lay. Sie war bekannt, dass sie eine gute Schwester ist. Und jeder Mann hat sie gewünscht, dass er sie heiratet. Aber sie wollte am Anfang nicht. Bis Abu Talha kam. Abu Talha war auch reich. Kam er zu ihr. Und sagte, ich möchte dich heiraten. Ein reicher Mann. Was hat er ihm gesagt? Er sagte ihm, wallahi mit lukala yorad. Also, wie du. Jeder möchte, dass er dich heiratet. Und du hast so viele Vorteile. Und du hast so viele Eigenschaften. Aber danach kommt jetzt al-Aqiyda sahihah. Lakinna ka rajulun kafir. Sie hat nicht geschämt, dass er ihm sagt, dass du kafir bist. Lakinna ka rajulun kafir. Ich darf dich nicht heiraten. Und dann hat sie gesagt, ich gebe dir so und so viel Geld, dass du mich heiratest. Sagte, ich weiß. Der Kinnna ka rajulun kafir. Er darf dich nicht heiraten. Aber wenn du Islam annimmst, das ist mein Brautgab. Wenn du Islam annimmst und viel Geld mehr gibst, dann kann ich okay sagen. Nein. Wenn du Islam annimmst, das ist mein Mahr. Das ist mein Brautgab. Kallass. Kannet sein also ihre Mahr. Das war der beste Mahr seit Adem, alayhisselam, bis heute Abend. Subhanallah. Wohitut Tage. Es gibt keine 2.000 Euro. Kein 5.000 Euro. Und der Rasul, sallallahu alaihi, sagte. Wenn einer zu euch kommt, um zu heiraten, gibt es nur Bedingungen. Man tarzawna dienahu, dass er praktiziert. Und der Rasul, sallallahu, dass er gute Benehmen hat, versauwuju. Gibt es, deine Tochter oder deine Schwester. Aber die erste Frage, was der Bruder bekommt, wie viel gibst du als Brautgab? Was arbeitest du? Was machst du? Welche Ausbildung du gemacht hast? Frau Allah, die meisten vergessen, ob er betet. Diese Fragen kommen nicht. Es kommen nur Dünya-Fragen. Es kann sein, dass er reich ist, aber er betet nicht. Was nützt das? Er praktiziert auch nicht. Was wird das auch nutzen? Nichts. Ummu Sulein, qalat, ya abatalha, innaka rajulun la yuraddu mitluk. walaka ijabiyat da soviel guten Eigenschaften. Aber du bist ein kaffir, aber du bist ein kaffir. Ich traf dich nicht, ich traf dich nicht, ich traf dich nicht, ich traf dich nicht. Aber wenn du Islam annimmst, das ist mein Brautgab. Was ist mein Brautgab. Was ist mein Brautgab. Mit Weisheit, mit Hikmah, was ist seine Zukunft, diese Frau. Sie wird auch ihre Kinder richtig erzählen. Aber viele Schwester von uns jetzt. Da haben auch so viele Mutatallah-Bad. Wie kann ich das übersetzen? Wünsche. Ja, ja. So viele Wünsche. Dass sie so viele Wünsche. Der Bruder muss ungefähr fast zwei Meter sein. Also die Schulter, der Bruder muss sich kräftig sein. Und so sein. Nase muss so und so sein. Das ist keine Wünsche, subhanallah. Aber manchmal, du bekommst manche Fragen und du sagst, was ist das? Das kann man nur in Zeitschriften bekommen. Sonst kann man das nicht bekommen. Man darf Wünsche haben. Aber die Wünsche, die mir helfen. Ein Bruder, der richtig mit Achlaq ist. Ein Bruder, der auf mich aufpasst. Ein Bruder, der seine Familie gut ist. Und so weiter und so fort. Und auch gleichzeitig auch bei den Brüdern. Die wünschen auch viele Sachen, die selber auch nicht haben. Und der Salaf, radiyallahu anhum, wa rahimahullah, kanu yaqulun. Da hat er immer so gesagt, idha aradta Fatimata, fakun aliyyan. Wenn du Fatima heiraten möchtest, dann sei Ali. Dann kannst du Fatima heiraten. Was willst du erstens? Dass du auch so viele Wünsche auch hast. Wenn du Wünsche hast, ist es sehr gut. Aber welche Wünsche? Meist nur Dünje wünschen. Und das ist nicht erlaubt normalerweise in unserer Religion. Du wünschst Sachen, die dich ins Pariser, also reinbringt. Und Muslim, kallet, yaa aba Talha, nimm Islam an und ich bin deine Frau. Hat auch Islam angenommen. Radiyallahu anhum. Wa yukthiruna ala anfusihim, walau kane bihim khasasa. Abu Talha, radiyallahu anhum, und seine Frau, um Muslim, die haben geheiratet. Fajaa dayifun ila rasulillillass laslim. Kam ein Gast zu rasulillass laslim in Moschee. Und da sagte ihm, yaa rasulillallahi, kenne ich beide heute übernachten? Arrasulillass laslim kall, ich guck mal. Dann hat Anis nach seinen Frauen geschickt. Und sagte ihm, yaa Anis, guck mal, ob meine Frauen etwas zum Essen haben. Zu Hause. Anis ist auch gegangen, hat jede Mutter von uns gefragt. Arrasul salallahu alayhi wa sallam hat mich geschickt. Habt ihr Essen zu Hause? Nein. Nächste Mutter von uns, hast du? Nein, nächste. Fajaa anis, radiyallahu anhum. Schau mal nur von dieser, hast du oder habt ihr Essen? Welche Fragen stellen wir jetzt heutzutage? Haben wir Essen? Wenn du zum Beispiel, ein Beispiel, du kommst nach Hause, welche Frage stellst du? Was gibt es zum Essen? Oder haben wir was zum Essen? Was gibt es? Oder? Allah, yaa kh. Was gibt es zum Essen? Arrasul salallahu alayhi wa sallam hat diese Frage gestellt. Manchmal, der kommt nach Hause, selber, Rasulullah salallahu alayhi wa sallam, und der fragt seine Frau, ah, ich hat, radiyallahu anhum, ja, ich, haben wir heute was zum Essen? Wir kommen nach Hause, du fragst deine Frau oder deine Mutter, was gibt heute zum Essen? Wir sind unsere Kühlschränke. Manchmal, du brauchst Kraft, damit du zumachst. Arrasul salallahu alayhi wa sallam, Wallahi ma ka na hindu akel. Manchmal, drei Monate, die machen diese Haed, was die gehabt haben, nicht an. Hatta anna, Fatima, radiyallahu anha, seine Tuchte, kam einmal mit kleines Stückchen von Brot. Er sagt, ja, Rasulullah, ich habe dir was mitgebracht. Fafariha al-Rasul salallahu alayhi wa sallam, er ist richtig zufrieden geworden. Er sagt, ja, bunayyati wallahi, seit drei Tagen habe ich kein Brot gegessen. Das ist der beste Mensch und trotzdem keiner das heißt, er hat ein einfaches Leben gehabt. Kaala rasul salallahu alayhi wa sallam, der kommt nach Hause und sagt, ja, ich, das heißt, ja, ich, haben wir heute was zu essen? Unsere Mutter sagte ihm, la, ya, rasulallah, nein. Ma da ka na hi fa alayhi wa sallam, yaqul, idhan inni saa im. Ich faste heute. Stell dir mal vor, dass du das machst, dass du nach Hause kommst und du sagst der Frau, was gibt es heute zum Essen oder was haben wir heute zum Essen und der sagt dir nichts, wir haben nichts, wir haben nichts bestellt sogar, wir haben nichts bestellt. Sagst du auch, ich faste heute oder nimmst du sie und vom Fenster rausschmeißt. Wir jagen, wir jagen, dass wir machen und posteriori analyses leben. beschäftige nie, wir jagen, dass wir machen und suppliers das window auch vollgen. Aber das ist das ist der Luste. Und das ist das ist Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Hatta an Aba Huraira, radhiallahu alaihi wa sallam, walhaadiithi muslim. Aba Huraira, radhiallahu alaihi wa sallam, kana yugmaa alaihi min aljur. Aba Huraira, al-ma'ruf. Manchmal sagte, selba, ich waade unmichtish. Wegen was? Wallahi, wegen hunger. Wegen hunger. Ich hab nicht zum Essen. Und ich geh auf die Straße, damit ich mit Sahaba treffe. Und ich stelle eine Frage. Zum Beispiel, ich sehe ein Sahabi und sage, salam alaikum achi, ich hab eine Frage. Und ich stelle ihm diese Frage, obwohl diese Frage weiß ich, aber ich hab nur gewünscht, dass diese Sahabi, dass diese Sahabi, also versteht, dass ich hunger habe und nimmt mich nach Hause. sagte, ich weiß genau, dass diese Eier, die Tafsif und diese Eier, das und das heißt. Aber ich frage ein Sahabi und der Sahabi sagte mir, diese Tafsif und diese Eier ist so und so, salam alaikum, der geht und lässt mich alleine. Hatta jaha rasulullah sassum einmal hat mich gesehen. Fakale liya aba huraira, du siehst hungrig aus. Kale, naam ya rasulallah, wallahi, wallahi, ich hab hunge ya rasulallah. Schau mal, russassum nun was hat ihn gesagt. Kale, ya aba huraira, ich hab heute ein Glas Milch von meinem Nachbarn, schau mal, ein Glas Milch von meinem Nachbarn bekomme als Geschenk. Kommst du mit mir? Kale, ja, naam, ich komme mit dir, ja rasulallah, damit wir zusammen das trinken. Und schau mal, diese Karamur, rasulallah sassum, diese Großzügigkeit von Muhammad sassum. Kale liya aba huraira, ya aba huraira, ruf dein Bruder auf, deine Brüder von Betus Sofa. Da war auch ein, ein Haus, wo die arme Sahaba waren. Aber huraira sagt im Jahr, das ist nur ein Glas für uns zusammen, nicht andere Sahaba. Kale, ruf die auch. Fahne dahung. Hat alle gerufen, ja, ja, kommt ihr. Es gibt was heute zum Essen beim Hamas. Glas Milch. Fahne, abu huraira, ruf jalla wa'anhu, rasulallah sassum, er hat uns das Glas geheben und hat von Recht angefangen, jeder hat getrunken, das war auch ein Wunder von Muhammad sassum, jeder hat getrunken, getrunken, bis er satt geworden ist und das Milch ist so geblieben, wie es war. Nächste, 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 bis ich auch da angekommen bin, Abu Huraira, habe ich auch getrunken, getrunken und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte mir, trink weiter, ich trinke, ich trinke, trinke weiter. Faqultu lahu, ya Rasulallah, wallahi, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, la ajidu lahu saura, ich kann nicht mehr, sallallahu alaihi wa sallam. Und wer war der Letzte, der getrunken hat? Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tumma sharaba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aller Letzte. Ummu Suleyhim, radiyallahu anha, und Abu Talha, als dieser Gast zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kam, und da war kein Essen bei Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bei seinen Frauen, und dann auf einmal Abu Talha sagte, ja Rasulullah sallallahu alaihi, ich nehme ihn als Gast bei mir. Ich nehme ihn. Ich kann ihn nach Hause nehmen. Er kann bei mir heute essen. Und dann hat er ihn gebracht, nach Hause, obwohl er auch nicht so viel Essen gehabt hat. Faqal Abu Talha hat zu seinen Frauen muslimen, radiyallahu anha, gesagt, wenn du das Essen uns also stellst, dann mach nicht aus. damit wir zeigen, dass wir essen, und wohl wir nicht essen, aber der Gast muss essen. Wir machen nur wie ein Schauspiel, das wir so nehmen, aber nimmst du nicht, damit der Gast von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam satt wird. Subhanallah. Wir haben auch so gemacht. Und Alhamdulillah, der Gast ist auch satt geworden. Aber für den Sabah, morgen, dann kam der Rasul sallallahu alaihi wa sallam und sagte zu ihnen, dann kam der Rasul sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam, قال abu talha, ja, das ist dein Gast, ja, Rasulullah imus zat sein, nicht weh. Dann kam eine Ahnung, die sich ein Vers und sie verletzten auf ihre eigenen eigenen Dinge, wenn sie ihre eigene Dinge haben. Sie verletzten auf ihre eigenen Dinge, wenn sie ihre eigene Dinge haben. Obwohl sie keine Ahnung haben, aber sie verletzten sie alle Dinge. Sie verletzten sie einfach. Das war so, die Propheten der Erslichen, sallallahu alaihi, war ein Kind von ihr, Umair heißt das, Abu Umair, hat ihm diesen Namen gegeben. Und dieser Abu Umair, der ist auch drei, vier Jahre alt, so in dieser Richtung, hat einen Vogel gehabt. Und immer wenn er nach Hause kommt, sagt ihm, wo ist dein Vogel, wo ist er? Und immer wenn Muhammad kommt, der wird immer zufrieden sein. Schau mal, und Kinder, sogar auch, war auch ein Kind, auch ungefähr zehn Jahre in dieser Richtung. Ein Kind hat immer die Stimme von Bilal geliebt. Und er hat immer nachgebracht. Und die Kinder, die haben gesagt, ja, Rasulallah, dieses Kind, er kann richtig Bilal nachmachen mit seinen Stimmeln. Und er hat gesagt, ja, komm. Und er war, seine Eltern, die waren Kuffar, die waren kein Muslim. Die waren kein Muslim. Er hat gesagt, er hat gesagt, und er will, er hat gesagt, ich kann ihm nachmachen, und er hat ihn nachmachen. Und dieses Kind ist auch ein Muaddinn von Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam geworden. Und dieses Kind hat gesagt, mein Haag habe ich schon lange gelassen. Warum? Ich habe nicht gassiert. Immer wenn ich gassieren wollte, denke ich an die Hand von Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Lass es. Subhanu al-Khaliq. Kinder lieben Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Warum Anna al-Rasoola Sallallahu alayhi wa sallam hat sie auch geliebt. Und Muslim, wie gesagt, hat sie auch dieses Kind gehabt. Und der ist gestorben. Soll man jetzt auch eine Sache, eine Geschichte, wie du das hörst, du denkst, dass das ein Mädchen ist. Abu Nuayr, der ist krank geworden. Und Abu Talha, der war auf der Reise. Und hat ihn mit seiner Mutter gelassen. Richtig krank. Vermäht. Der ist gestorben. Und was hat er gemacht? Und Muslim, schau mal, Sabr. Sabr und Muslim, sie hat ein Kind verloren. Aber sie war nicht stabil. Geduldig. Und warum? Weil sie weiß keine. Aber welche Belohnung hat man jemand geduldig ist? Er hat nicht gesagt, Allah, Azza wa Jal. Al lezena ida asabat hummusribatun qaluh inna lilighu inna ilihirajahoon. und ich habe ihm also begraben und alles gemacht und der vater weiß nicht bescheid aber auch die reise und hat ihre familie gesagt keiner darf mein mann bescheid sagen als wenn ich ihm sage welche geduld haben die gehabt aber dieses habe jetzt keiner darf mein mann sagen dass sein sohn gestorben ist erst wenn ich in das sagen aber da ist nach hause gekommen und da hat nach seinem sohn gefragt wie ist mein sohn wie geht es ihm sagte ihm und live vier ist in seiner hohe sagt auch nicht gelogen und der ist in seiner hohe das heißt ist schon gestorben und danach mit ihrer weisheit sagte ihm ja was meinst was meinst du wenn jemand die etwas geliehen hat musste wieder zurückgeben ich gebe ihn wieder zurück und sagte ihm dein sohn ist gestorben und trotzdem die war sauer warum weil ganz normal das ist ein Fetra ein instinkt das ist menschlich und da ist zu muhammad gekommen sagte ihm ja rasulallah schau mal mein mein sohn gestorben und er hat mir nicht bescheid gesagt du hast verletzungs für alle Hüseyin und dass das was ich nicht gepzt und die du hast mit ihm gesagt sohn, dass er jetzt schon mal vor dem Herrn Ausland sagt ihm wie das Wer das wierte und die sie hatte wie schade die ihr gesagt ihr habt, was er verletzten. Also er hat sich nicht sohn, dass er wer nicht in den Mund das sohn die Aufwand kommen und dass er sich mit dem Menschen und die Menschen sagen und die sie geschrieben haben, dass ich jetzt habe ich nicht sohn, dass ich sa� was, was das in der Koran in der Kopf H assurance. Berkattah Rasulullah Und wer über Gott erweiss erweilt, erweiss erweilt erweilt, und wer über Gott erweilt erweilt, und wer erweilt erweilt erweilt. Als Rasulullah, die Frau Suleyme, sich mit dem Abend zu erweilt, erweilt erweilt die Frau Suleyme, gemacht wenn man muss los sein das ist zum beispiel das kissen und der machte oder legt seinen kopf drauf nach dem schlaf was macht um zu legen der kommt und der nimmt diese diese schweiß als scheiße die schweiß machen es lassen und sie macht in ihrem duft die macht in ihrem duft und einmal hat sie erwischt sagt ihr was machst du ich mache den schweiß und ich mache in mein duft damit das mehr duftet ich mache dein duft in mein oder ein dein dein schweiß in mein duft damit diese duft mehr duftet das muss du hier erstens rasieren und dann wieder links rasieren ich habe dass diese haare genommen und ich habe an und muslim gegeben und muslim hat das versteckt und immer mal so machte mit barakat aber hier muss man stoppen jetzt gibt es leute die sagen dass es ein schwert machen was lassen dass ein haare von das ist ein schuh und das ist eine das für manchen lassen wer hat uns das gesagt dass das wo man muss lassen ist aber dass man tabarak und sachen von haus lassen ist es erlaubt in islam aber dass du tabarak zum beispiel von ein schicht nachsehen oder schicht aber alle wie heißt jeder von uns hat so viel wie das auch gesehen diese so viele leute die kommen zu ihrem schicht und dann auf einmal tot und gesagt ich nehme barakat von ihm welche barakat denn den 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 im schaden sachen von ihm das ist nicht erlaubt erlaubt ist von zeiten muhammad kann als sahaba sahaba zu lassen wenn er ausspuckt wenn er ausspuckt die 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 den man das nicht und da oder von sein wud o das gass von sein wud o finste nicht mehr das ist erlaubt barakat russol salallahu alaihi wasslam abo hoist tagi wo ist das wo ist schaar haare von mehams lachsum gibt es das nicht mehr ab da barakat russol salallahu alaihi wasslam ist es erlaubt aber von einem schicht oder von jemand andre das dürfen wir nicht warum Man darf von ihm das nehmen und auch Baraka nehmen, aber von anderen Menschen, die normal sind, das dürfen wir nicht machen. Ummu Suleymi und ihre Jihad, Jihadu, also Aufgabe erstens von Ummu Suleymi in Schlachten oder im Kriege, sie war ihr, also sie und Aisha, was haben sie gemacht, welche Aufgabe haben sie gehabt. Wenn ein Sahabi einen Wund gehabt hat oder verlässt ist, die machen das. Wenn jemand auch zum Beispiel beim Tod ist, beim Sterben ist und braucht er Wasser, die geben das Wasser. Und Muslim war auch dabei, radiyallahu anha. Und auch in Ghazwa heißt Ghazwa Tuhunin, Ghazwa Tuhunin, kein Al-Hadid für Muslim, kein Al-Akhinsar. Er hat ein Messer gehabt. Und Abu Talha kam zu Muhammad Suleymi und sagte, Ummu Suleymi hat auch ein Khinjar, ein Messer hier angesteckt. Warum Ummu Suleymi? Er hat gesagt, Ummu Suleymi, wenn ein Käfer zu mir kommt, ich mache seinen Bauch kaputt. Sahabiyat und Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, die waren Männer, Subhanallah. Verzaheke, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hat es ihm zum Lachen gebracht. Und die Frage ist, werden wir auch, wenn wir mit Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam auch treffen, wird er uns mit Lachen empfangen oder mit was? Der Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, der sagt, Ummu Sallallahu Alaihi Wasallam, der hat für uns so viele Sachen gemacht. Der hat für uns alles gelassen. Hatta Anna Yahudiyen, ein Jude, kam zu Salman al-Farisi und sagte ihm, Ja Salman, Wallahi, der Jude sagte, Ja Salman, euer Prophet hat euch alles beigebracht. Was Salman sagte, Wallahi inna Rasulana aallamana kunyashi, hat uns alles beigebracht. Sogar auch wie wir auch in die Toiletten gehen, hat uns auch beigebracht. Ma nasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, schei, ma outiahu, ma uchiahu, au ma uchiah ilih, hat uns beigebracht. Fall Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, der beste Mensch, der beste Vorbild, afdol, wa achsen qudwa, lan ha jemain. Ra'aha al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam in Paradies gesehen. Und Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hat sie, wo, in Paradies gesehen. Ka'ala Sallallahu Alaihi Wasallam, uridu al-Jannata. Ich hab heute Paradies gesehen. Und wie hat er gesehen? In Traum war rؤia l-Anbiya. Das auch eine ein Art von Offenbarung. Hat sie gesehen, wo? In Paradies. Ka'ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, uridu al-Jannata, faraeitum ra'ata abu Talha. Die Frau von Abu Talha ist un-Muslim, radiyallahu anha. tumme sami'tu khash khashatan. Ich hab auch paar Geräusche gehört. Wer war das? Bilal, radiyallahu anhu. Bilal. Und da hat er mich gefragt, ja, Bilal, ich hab deine Schritte im Paradies gesehen. Was machst du da? Was hast du in der Nähe gemacht? Ka'ala al-Hubilal. Ya Rasulallahi. Immer wenn ich Wudu mache, ich mach zwei Raka'at. Subhanallah. Sahabat Rasulillah, sallallahu al-Jannata, die haben auch für uns so viele Sachen gelassen. Das heißt, wenn du auch in Paris reinkommst oder reinkommen willst, zwei Raka'at achi nachtem Wudu, nachtem, egal wann. Auch hier ist auch ein Beweis für die Gelehrten, die gesagt haben, auch bei den Zeiten, wo man nicht, oder wo Makro ist, man darf nicht also beten. In diesen Zeiten, zum Beispiel, gleich nach dem Fajr oder wenn die Sonne in der Mitte ist oder kurz vor dem Maghrib, haben sie gesagt, das ist auch ein Beweis, wenn du Wudu machst, du darfst machen. Du darfst zwei Raka'at verrichten. Warum? Leanne Bilalan, radiallahu anhu, sagte Muhammad, sallallahu al-Jannata, ja, Rasulallah, warum hast du mein Schreter in Paris also gehört? Immer wenn ich Wudu mache, ich verrichte zwei Raka'at. Sallallahu ala muhammadin, sallallahu alayhi wa sallam. Aber die Frage ist, Ummu Suleim und Bilal, radiallahu anhu, wir haben diese Vorbotschaft ertragen, als sie das gehört haben, dass ich als Prophet deine Schritte in das Paradies gehört. Oder Ummu Suleim, als er dir auch gesagt hat, ja Ummu Suleim, ich hab dich im Paradies gesehen. Wir haben die, diese Nachricht von Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ertragen. Und auch ein Hadith von ein Sahabi, radiallahu anha, Ibn Abbas, radiallahu anhu, der war mit ein Sahabi. Und Ibn Abbas sagte ihm, zu den Sahabi, Auriika, Das war mit einem Ruhigen. Also manche die Ruhigen sagt, dass die, kannat Tussra, Tussra, ein Siemann, tätsgein hat. Und da, der war unmenschlich. Und kam sie zu Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sagte ihm, bist du gehst ins paradis rein wenn du nicht ich kann für dich da mache und du heißt gerade klar jahre als berg ich werde geduldig hauptsache dass ich ins paris reinkommen war taka aber schon mal die schamhaftigkeit ist das der schamhaftigkeit von diese frauen von damals was war ihre sorgen ihre sorgen war karlat ja rasul allah mach aber mach für mich da wenn ich das bekomme ich werde unmüchtig keine mensch darf meine aura sehen schau mal an was war ihr gedanken keiner darf meine aura sehen wenn ich in diesem zustand bin mach für mich da ja das war ihre sorgen subhanallah wie sind unsere frauen heute tage subhanallah wie gehen sie raus allah und musteran achi allah musteran fahadji um musulim das war fast also ganz kurz und zusammenfassung von um musulim ein aber kam wo ist ihre graben wo ist sie allah und man sagt dass sie ihre graben ist in al-baqir in medina aber wo genau keiner weiß aber was wichtig ist was wichtig ist was haben wir gemacht das ist wichtig wo ihre graben ist oder wo liegt sie aber was haben wir hinter uns gelassen es gibt manche menschen die sterben in eine woche oder zwei woche die werden vergessen allah viel viel die werden vergessen aber es gibt manche leute seit schon lang langer zeit jahren lang immer jetzt kommen wir und sagen wir rahimahullah rahimahullah genau wie heute wir haben über musulim geredet und man sagt immer noch jetzt radiyallahu anhu warum weil dies viele sachen für uns auch gelassen hat als vorbild als vorbild auch für unsere frauen oder auch es gibt auch eine ein sahabi radiyallahu anhu man war das kann sagen immer wenn ich seine geschichte erzähle sagt subhanallah diese sahabe hat für uns nichts gelassen keine entschuldigung für allah also wenn wir für allah so erstellt da hat für uns keine entschuldigung keiner der ist der war richtig reich als dölbi jade und sein aber ab und die war der einzige mensch der islam angenommen hat in einem dorf musena und der ist mit sein sein onkel aufgewachsen und sein onkel war richtig reich und hat immer mit seinem onkel dauer gemacht aber trotzdem sein onkel der wollte nicht islam annehmen und der war richtig verwöhnt weil er reich war aber als er islam angenommen hat sein onkel war richtig sauer auf ihn sagte ihm ja ich habe auf dich drei jahren muslim geworden und sein onkel hat nicht gewusst dass er muslim geworden ist sagte ihm als er islam also muss sagte im jahr amu und ihr sagt die ich habe islam angenommen und ich habe muhammad vermisst der ist noch nicht hat noch nicht mal muss lassen gesehen und ich habe muhammad vermisst und er sagt dir dass ich ihm dass ich zu ihm gehe und ich möchte dass du mit mir auch ist dass du auch islam annimmst aber als sein onkel das gehört hat er ist mehr sauer geworden wenn du nicht zu uns wieder zurückkommst du gibst mir alles was ich dir gegeben habe alles genau wie jetzt gibst du mir mein laptop mein iphone mein das mein das mein das aber allahs hat diese standhaftigkeit gehabt sagte ihm ich habe islam angenommen ich habe islam angenommen mach was du willst ich gebe dir alles zurück sagte ihm als er richtig da hat ihm gemerkt hat gemerkt dass er richtig stabil ist sagte ihm wieder sein onkel in abeiter auch den klamotten musst du mir auch jetzt ausziehen und geben zwei sachen islam oder dunia der war richtig verwöhnt aber gibt islam hat nicht so viele gedanken gemacht kann die fall maturit mach was du willst nicht über uns zum beispiel sagt ja ich muss überlegen und dann eine mach was du willst hat ihm so gelassen und hat also mein onkel hat auch mein klamotten die ich auch angehabt habe hat auch bekommen und ich bin zu mohammeds lasten gegangen und ich bin nach baulich haus von arme sahaba dort sind angekommen für das halle was wohl so lassen jetzt zu mir zu uns reingekommen und hat mich gesehen warum weil ich sage ich nicht komisch aus ich habe nur zwei tücher gehabt zwei tücher obwohl ich richtig verwöhnt war und sagte mir mahmus will mahmus Wer hat mit dir so gemacht? Ammi, mein Onkel, sagt Mohammed As-Slam, aber warum? Wegen dir bin ich so geworden. Ich habe dich vermisst. Ich habe deinen Regen auch gefolgt. Wegen mir Ja, Rasul Allah. Von jetzt an, du bist Abdullah, nicht mehr Abdul Izzah. Und das mit Mohammed As-Slam also paar Jahre der hat erstens 16 Jahre alt Islam angenommen und 21 Jahre alt gestorben. Wie viele Jahre? Fünf Jahre. Fünf Jahre, aber es war für ihn Qiemet der Rasul Allah Sallallahu und Qiemet unter Allah Azzawajal. Der war richtig wertvoll bei Allah Azzawajal. Obwohl er nur fünf Jahre gelebt hat im Islam. Fünf Jahre alt Sallallahu und Sallallahu 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 Allah Sallallahu Sallallahu finished ... ... Allah hümm Ja Abdullah, es gibt Leute, die werden nur krank und sterben, der ist auch Schahid. Es gibt auch manche Leute, kommt eine Wand auf die Runde, der ist auch Schahid. Und kommt ein Hadith von Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, und der erzählt uns, wie er gestorben ist, dieser Abdullah ibn, radiyallahu anhu, ich bin zu Rahmat Rasulim gekommen, wo sein Zelt ist, ich habe ihn nicht gefunden, bei Abu Bakr auch nicht da, Omar auch nicht da, und auf einmal in See von weit, von weit habe ich... Wir sind schon fertig. Und ich habe von weit eine Latane, Licht, also gesehen, fah dahebt, wer ist, Abdullah ibn Mas'ud. Der ist hingegangen, fahwajada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, jahfülu qabra dhulbijadehin. Selber, der Grab selber, Grab von Abdullah ibn Mas'ud. Und dann fuhl auf, Fuhm, 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 Mحمel sallallahu alaihi wa sallam. Fahkala, ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, fahidabii araa, abdollahi diil bijadehin, wawwa meyit. Fahkala, ey alasusallahu alaihi wa sallam, hat mi, gizak rasu alaslim, ja abdollahi, la kad mata auk, dan bula isktobin. Fahrafa alasul, salallahu alaihi wa sallam, yadayhi, fahkala, allahumma inni am siedt uradin, Er sagt, dass er eine Frau von Gott ist. Bis zum nächsten Mal.